Hallo Ich äh Hab nen Anruf reinbekommen Deswegen starten wir jetzt erst Aber der Server läuft jetzt Auf ner neuen Festplatte Backup ausgeführt Jo Aber Wir haben ein kleines Problem Unsere Farm ist ein bisschen Drüber gegangen Ich glaube wir müssen jetzt erstmal Hier ein Farmhaus bauen Hm Okay, erstmal Sachen reparieren und dann bauen wir hier ein Lager hin So Oh, Iron 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Schultz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade 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 sit ? 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 Okay. 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 Troll 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 Schreie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und was geht bei dir so? Oh. 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 Hier. Plank und 1, 2, 3. Hmm. So, noch ein Kier. So, noch ein Kier. Ha! Das funktioniert. Okay, gut. Oh Gott. So, noch ein Kier. Okay. 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 Vielen Dank. Danke schön, Zinster. Ja, ich denke nach. Ha, super. Was geht und danke, Luna Williams. Okay. Hi, Kisham Games. Was geht. Ich versuche gerade irgendwie den Kram hier umzusetzen. Und zwar will ich, dass die Sachen hier eingelagert werden. Sowas wie Bedrod. Und alles kommt von unserer Farm hier oben. Und am Ende soll es dann, ähm, in ein, äh, wie sagt man, am Ende soll das gebone-meelt werden. Ja, da müssen wir mal gucken. Das ist, ähm. Ja, da müssen wir mal gucken. 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 Nee, da müssen wir mal gucken. Ja. So Ich frage mich, ob das funktioniert, ob der die Items nimmt oder wirklich das dann ignoriert. Ich frage mich, ob das funktioniert. Alter, da bin ich ja echt am überlegen, Quality Corpse. Weil damit kannst du ja echt nichts anfangen. Okay, es gibt immer drei Stufen. Okay. 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 Und dann nehmen wir Carrot. Und dann nehmen wir Carrot. Und dann nehmen wir Carrot. Hä, wie heißt das? Ah, Beetroot. Beetroot, yes. Okay. Und das letzte ist Amp. Oh, das gibt's. Okay. 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 Nice. Dann können wir das Teil unten starten. Okay. 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 Right. Weiss! Howll? Okay. 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 So, Carrot-Potato brauche ich noch. So, Carrot-Potato brauche ich noch. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 1, 2, 3, 4, 5, 7 Oh 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 100 Follower Full Oh 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 Verdammt Ja komm dann machen wir das in die andere Richtung Oh 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 Hm. Uh, uh, Shane. Hier. Hab ich noch eins? Nee. Planks. Ähm. Und Casey. Ja. Sauber. und shoots da ballern wir immer ordentlich welche rein ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Okay Iron Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 So. Jetzt will ich mal unten gucken. Ob wir irgendwo einen Dungeon oder so finden. Guten Abend. Und ich suche jetzt einen Dungeon. Was geht bei dir? Okay. 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 wo sind wir denn hier ist das ein mushroom ist ja geil oh kacke das ist ja echt nervig dass du da also holst du dir da nur den rubber raus und schmeißt den würfel weg so Oh, was ein Scheiß. Also das ist echt irgendwie schade. Oh, was ein Scheiß. 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 Oh. Oh, was ein Scheiß. Oh, was ein Scheiß. Oh, was ein Scheiß. Oh, was ein Scheiß. Der da bei mir aufkommt. Oh, was ein Scheiß. 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 There you go. Das war's für heute. 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 So. Oh, erzähl. Das war's für heute. 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 websites. Das war's für heute. Okay, siehste. Dann ist easy. Okay. Ja, das ist gut. Hm. Amen. Gold. 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 danke fürs folgen und ja ich kann mich erinnern hi zocker ja sorry das ist hier hauptsächlich wirklich singleplayer und ja auch wenn es auf dem server läuft aber das der steht bei mir im rechenden netzwerkschrank ja 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 If you want to sell something like artwork for the stream or so, I'm not interested because a lot of people got in the stream and want to sell something like that. Oh. 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 Six. Ah, okay, so sorry for that, but in the last 10 streams, maybe around 30 people want to sell me something. Nee, das findest du auf Steampunk LPS, also auf Curse Forge. Da kannst du dir das einfach runterladen. Hier hast du einmal den Link. Da kannst du das einfach runterladen. So. 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 Hm. So... Äh, ja, hab ich. Äh, ich glaub, das buckt einfach nur. Äh. No, I think äh, I'm new and I'm not so good at it. Oh, oh Gott. Äh. Ja, ich denk einfach, dass das, ähm, dadurch, dass irgendwie der Server nicht richtig da arbeiten konnte, dass das dadurch passiert ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, in four months, I think. Äh, thank you. So, but I think maybe 20 people are, äh, äh, some bots that want to sell me something or so. Ah, hier war ich schon drin, ne? Okay. Hä? Maybe around two months ago I got butted and and maybe it was 400 or 500 bots. Yeah. But if you know Twitch tools you can mass ban followers. Ich weiß gar nicht, ob ich den schneller machen kann. Also ich weiß, dass ich ein Speed Upgrade einbauen kann. Aber das ist erstmal so der Anfang. oder man baut ein Flugzeug. Ja, also ich denke mal, man kann hier auch ähm, hier, wie heißt das? Man kann auch noch andere Sachen bauen. Aber eigentlich wollte ich nach, ähm, gucken, wie man hier weiterkommt. Aber Jungle? Ich glaube, hier war irgendwo. Jungle. Ah, ich glaube, das andere Flugzeug war bedeutend schneller. Uh, I have only private Discord, not a server or something like that. Hä? Noch schon wieder Updates. Aber, Zocker, du hast recht, das ist echt ein wenig langsam. Ich glaube, der andere ist bedeutend schneller. Discord zustimmen. Oh. 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 auch auf Entfernung Bagdad Teil rum ist ja cool ah und die Holzform ist voll das ist auch interessant so ja das haben wir eine Zeit lang gespielt aber ich mir hat da irgendwie was gefehlt deswegen bin ich auf Steampunk gegangen weil man hier ein bisschen mehr machen kann aber Zuschauer der gerade zuguckt oder zuhört eher gesagt würde ich sagen der ist das noch die ganze Zeit am zocken ah guck mal hier sind wir schneller ja also in create life haben wir noch ein ähm wie heißt es gleich noch äh in der Eisenfarm gebaut und oh klappt das denn oder blockiert der Rubber die normale Woodproduktion für das Fuel oder wird der Rubber einfach verbrannt während Holzkohle entsteht ich nehme an der wird verbrannt ne so was ist das oh oh ja ich erfriere äh was ist das oh oh Hupala Ja, würde ich auch genauso machen in Lava produzieren oder Fegefeuer finde ich gut ja, würde ich auch Da musst du mal wirklich gucken Wie viel du dann herstellst Da bin ich wirklich interessiert dran So Dann machen wir hier erstmal Ne Kälte Rüstung So und damit kriegen wir nämlich Wärmeisolierung und Kälteisolierung So und jetzt müssen wir da hin Um unser Schiff zu retten Oh Was du noch machen kannst Was mir gerade einfällt Du musst dir mal Wo ist das Teil Das direkt von Create selbst Na wo war denn das Ah hier Der Display Link Den müsstest du eigentlich noch aufbauen Bei allen deinen Maschinen Verdammt Oh 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 mit Nixitubes Könnte man das auch machen Und ich glaube Du kannst auch die Anzahl anzeigen lassen Ja okay Aber dann siehst du wie viel du die Minute produzieren kannst Und ich glaube Das war's für heute. Dann gucken wir da oben jetzt nochmal. Oh. So, kriegen wir hier ein paar Feuer-Charge. Es ist die Flying Dutchman. Oh, wir müssen hier gleich ganz schnell weg. Okay. 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 So. So. Da ist ein Wal drin. Okay. 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 So. So. Okay. Ok. Oh cool. Oh god, oh god, oh god. Ok. Oh. 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 Oh, ein Shellhorn. Narratur, 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 narratur. Ok. Oh. Oh. Ja, ja, ja. alles voll mit schätzen das ist schön das ist schön noch mehr noch mehr oh tetan tome lore fragment blank scroll da ist noch einer oh nice oh was sind das denn für viecher sch 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 oh goblins 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 Oh. Oh. Ich will nicht sterben. Ich will nicht. Weil mir kalt ist, zünde ich einen Wald an. Jedenfalls wird mir hier schnell warm bei. Gibt es hier irgendwo eine Eingangstür? Da ist eine Eingangstür. Da ist eine Eingangstür. Ich glaube, ich sollte erstmal Kram wegbringen und dann gehen wir da rein. So. 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 wieso kommt denn jetzt ein raid narrator narrator auf falsche taste gedrückt ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Haben wir noch Gun? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, die Waffe ist nicht so stark. Okay, die Waffe ist nicht so stark. Okay, die Waffe ist nicht so stark. Okay. 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 People press the pulse. Okay. Okay. Und jetzt... Noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Piercing, Piercing Und den letzten Arrow Oh Gott, ich bin schon wieder in das Loch gefallen So und irgendwo ist hier noch einer Da in der Ecke Da steht er Damit hoffentlich haben wir Noch ein Raid Das kann doch nicht wahr sein Okay Oh Gott Oh Gott Jetzt kommen hier auch noch Geister Zum Glück hängen die hier alle irgendwie fest Oh Was soll denn das Oh 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 cke Deine Ravenger Oh 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 Gott So und nochmal Ich hoffe das ist jetzt aber die letzte Runde am Raid Die hängen hier irgendwo fest, das finde ich schon mal ansatzweise gut Wow Oh Und noch ein Raid, das kann doch nicht wahr sein Oh 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 Okay, die können anscheinend nicht auf den Claimed Chunk drauf. Das ist schon mal sehr interessant und sehr hilfreich. Das ist schon mal sehr hilfreich. Das ist schon mal sehr hilfreich. Oh. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich guck mal, ob ich... Oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay. 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 Alter Schwede. So, ein und die... Ein Holzsteig... Eine um die Kohl... Peace herzustellen. Und dann zwei hintereinander geschaltet. Mechpressen für Kohl... Ah, okay. Ah, okay. I should have... Uh, okay. I should have one minute. Now, I Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Okay, ein Iron. 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 Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt flüchten wir. Das war's für heute. 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 Warum hat der eine Krone? Das war's für heute. 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 Heute mache ich Feierabend. Heute ist dann erst mal Feierabend. Und ja. Genau, also... Uh, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du da eine dauerhafte Produktion von? Oh, nice. Oh, nice. Das ist, okay. That's, du hast du, hast du, hast du, heißt du hast du, hast, hast du hast, hast du hast, hast du, hast du, hast du hast du dazu habt, hast du... Schönen Abend dir. Gute Nacht. Und dann... Ah, okay. Ich habe da irgendwo eine Farm von gesehen, wo die das so produzieren. Genau, und dann irgendwie kannst du das wieder zusammensetzen und es wird mehr als rauskommt. Ah, okay. Okay, ja, ich... Hab mir sowas noch nicht angeguckt. Ich habe nur so eine Farm davon gesehen und ich dachte, dass wir dann irgendwie mehr produziert oder so. Okay, dann schönen Abend dir. Gute Nacht. Und dann, wie gesagt, bis Freitag, würde ich sagen. Und dann erhol dich morgen gut. Cheerio und auf Wiedersehen. Danke fürs Dabeisein. Und dann bis zum nächsten Mal. Eine schöne Nacht euch und gute Nacht.